Vielen Dank. Zu Kampf Nummer 4. Es ist ein Kampf mit einem Superschwergewicht, der Gewichtsklasse über 91 Kilogramm der Männer, über 3x3 Minuten. Für unsere Gäste in der Roten Ecke, Andri Honestin. Sein Gegner, ihr kennt ihn alle, es ist Zerkan Buh. Der Referienkreis ist voll überrascht. Krieg frei. Runde 1. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.